Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch nach einiger Zeit mal wieder 5 coole Apps für den Alltag vorstellen. Also ich würde sagen, let's go! Starten wir auch gleich mit der ersten App. Diese nennt sich Taylor und finde ich extrem praktisch, denn so kann man untereinander liegende Screenshots einfach zusammensetzen. Zum Beispiel, ich mache einfach jetzt Screenshots von dieser Webseite und scroll so ein bisschen runter, mache den nächsten Screenshot und dann möchte ich diese Screenshots als ein Screenshot haben. So, einfach in die App reingehen, die erkennt dann automatisch die zusammenhängenden Bilder und macht dann ein einziges Foto davon. Unten hat man noch so ein Wasserzeichen, dass es mit Taylor erstellt wurde. Wenn ihr das nicht machen möchtet, könnt ihr euch die Vollversion holen. Ich finde, die kostenlose Variante tut es aber auch vollkommen. Finde ich eine wirklich extrem praktische App. Schade, dass sowas in iOS noch nicht direkt geht. Kommen wir zur nächsten App. Das Ganze ist ein Spiel und zwar von meinem Kollegen Julian von Own Galaxy. Der ein oder andere kennt es wahrscheinlich schon und nennt sich Project Line. Ich finde, es hat auf jeden Fall einen wirklichen Suchtfaktor. Dann möchte er irgendwie immer seinen Highscore knacken. Man muss einfach diesen Kreis versuchen, so lange nicht mit der Linie zu berühren. Wenn man das nämlich gemacht hat, dann ist das Level vorbei. Einfach bis nach links oder rechts swipen und möglichst eine Kollision verhindern. Es gibt dann zum Beispiel auch Slowdown-Felder. Da wird man so ein bisschen langsamer. Oder es gibt auch so Multiplikator-Felder. Wenn man diese gut erwischt, steigt der Multiplikator und man bekommt natürlich wesentlich schneller Punkte. Macht, wie ich finde, echt Spaß. Es gibt dann im Menü auch noch die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ringen zu wechseln. Und diese kann man sich dann einfach mit Münzen, die man dann während des Spiels sammelt, freischalten. Oder wenn ihr sagt, die App gefällt mir wirklich richtig gut, könnt ihr euch auch diesen Special und Galaxy Ring kaufen. Habe ich in diesem Fall auch gemacht. Da bekommt man dann nämlich doch so ein paar weitere Funktionen. Alles in allem auf jeden Fall eine wirklich echt coole App. Gerade für zwischendurch oder so. Wenn man so ein bisschen spielen möchte, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Die nächste App nennt sich Berta und damit hat man die Möglichkeit, um einen herum zu schauen, welche Tankstelle am günstigsten ist. Das bekommt man nämlich dann sehr übersichtlich angezeigt. Zum einen, wo ist die nächste Tankstelle und wie viel kostet es und man kann das ein bisschen vergleichen. Außerdem ein sehr praktisches Feature und zwar, wenn man eine Route auswählt, zum Beispiel nach München oder sonst wo. Dann wird geguckt, wo auf der Route jetzt passende Tankstellen sind und man kann hier ebenfalls auch direkt die Preise vergleichen. Finde ich auf jeden Fall ein sehr praktisches Feature und ich finde, die App ist auch sehr übersichtlich gestaltet. Es gibt unten rechts auch noch einen Filter. Darüber kann man jetzt zum Beispiel einstellen, welche Spritsorte man jetzt benötigt oder man kann Tankkarten einstellen oder man kann auch bestimmte Tankstellen auswählen, welche jetzt berücksichtigt werden sollen oder welche nicht berücksichtigt werden sollen. Alles in allem auf jeden Fall eine sinnvolle App. So weiß man aber direkt, wo ist die nächste Tankstelle und wo ist es auch am günstigsten. Die nächste App ist mal wieder ein Spiel und nennt sich Folding Blocks. Ich finde es auf jeden Fall ein sehr cooles Spielprinzip. Hatte ich jetzt auch noch so gar nicht gehabt. Denn ihr kennt es sicherlich, ihr faltet ein Papier und möchtet es wieder auffalten. So im Prinzip ist das Spiel auch. Man muss jetzt versuchen, diese ganze Fläche mit den farbigen Feldern zu füllen und da muss man jetzt einfach gucken, wie man das am sinnvollsten macht. Am Anfang hat man zum Beispiel ein oder zwei Felder, wenn man diese dann sozusagen einmal auffaltet, hat man die doppelte Anzahl, sprich zwei oder vier Felder. Wenn man die weiterfaltet, bekommt man wieder die doppelte Anzahl und so muss man natürlich gucken, dass es irgendwie passt, dass man jetzt die ganze Fläche damit ausfüllt. Ist manchmal so ein bisschen tricky, aber so muss man auch manchmal so ein bisschen nachdenken und nicht einfach so stumpf spielen. Finde ich auf jeden Fall ein sehr cooles Spielprinzip. Es wird natürlich von Level zu Level auch immer so ein bisschen schwieriger. Aber ich finde es macht einfach wirklich echt Spaß zu spielen. Checkt das Ganze auf jeden Fall auch mal aus. Alle Apps bzw. alle Links zu den Apps findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Kommen wir auch schon zur letzten App und diese App nutze ich glaube ich auch schon seit einigen Jahren. Nutze sie aber dennoch echt immer noch regelmäßig und diese nennt sich Around Me. Vielleicht kennen ein paar Leute von euch die App schon und zwar kann man jetzt einfach hierin sehen, was um einen herum so los ist. Zum Beispiel Bars, Cafés, Filme, Gaststätten, Hotels, Kaufhäuser, Kinos und so weiter. Die werden hier alle kategorisiert aufgelistet und wenn man zum Beispiel einfach mal auf Kinos geht, dann sehe ich hier schon, wo im Umkreis das nächste Kino ist. Und ich kann dann auch direkt sehen, welche Filme laufen. Finde ich auf jeden Fall echt ganz cool. Das hat sich in den letzten Jahren auch nochmal deutlich verbessert. Die App ist auf jeden Fall praktisch, wenn man jetzt irgendwo in fremden Städten unterwegs ist, wo man sich vielleicht nicht unbedingt so auskennt oder einfach mal gucken möchte, was kann man jetzt heute Abend noch so machen. Wo kann man essen gehen? Wo kann man vielleicht ins Kino gehen? Oder auch wo gibt es Parkplätze? Das ist ebenfalls sehr, sehr wichtig oder auch vieles weitere. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ist kostenlos. Es gibt ebenfalls auch eine Pro-Variante. In der kostenlosen Variante hat man so ein bisschen Werbung. Ich finde, darüber kann man auf jeden Fall hinwegsehen. Nun sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es waren ein paar coole Apps für euch dabei. Checkt uns einfach mal die Videobeschreibung aus. Da findet ihr alle Links. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dann. Macht es gut. Ciao. Ciao.